Musik Hallo, ich bin Thorsten Albig und heute ist der 12. von 25 Tagen Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Das hier ist die Eiche Wader. Das ist ein Anglersattelschwein und ich habe gerade die Patenschaft dafür übernommen. Die Eiche Wader ist einer der ganz großartigen Orte in Schleswig-Holstein. Hier kann man Landwirtschaft, hier kann man ursprüngliche Tierhaltung noch erleben und man sieht auch Schweine, wie man sie sonst nicht sieht. Ganz tolle, wie dieses Kleine, was mir gleich anpinkeln wird. Und eben war ich bei Holstein und da haben wir auch Schweine gehabt, ne Kleiner? Haben wir Schweine gehabt, haben wir 1-0 gegen Leipzig gewonnen und jetzt müssen wir aufhören. Bis bald, tschüss.